Nicht so schüchtern, greif einfach zu. Niemand wird das hinterfragen. Warum denn auch? Jetzt mach schon, so schwer ist das nicht. Mann, wie das nervt. Andere Menschen spazieren auf dem Mond herum, spalten Atome oder finden Dinge, die niemand braucht. Du musst dich doch nur entscheiden, welche Cornflakes du essen willst. Lieber knusprig mit Choki oder knusprig mit Mandeln oder knusprig mit Frucht? Hm, knusprig sind sie ja alle. Die Entscheidung muss sich also gar nicht mehr treffen. Bleibt also nur noch die Frage, ob Schokolade, Mandel oder Frucht. Es dürfte nur eine Sorte geben. Überhaupt dürfte es von allem auf der Welt nur eine Sorte geben. Dann komm ich wenigstens durch den Tag. Oh Mann. Natürlich. Oh Mann. 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 Oh Mann.